Hier wieder so eine komische Bezeichnung, Bestcube V78 Best Memes Compilation April 2023, wo sind die guten alten Bestcubes geblieben? Egal, wir gucken uns das trotzdem an. Was steht das für? Diese Nuts? Hilfe, der Hund, er säuft. Braucht ihr mal noch einen Hund? Jetzt sagen wir dann nur Männer anwesend? Nein, auch peinlich berührte Frauen. You've been talking to me like Mario all day long. Mama mia. Did I get you? Oh, shit. Yeah, refresh now, oder was ist das? Der Butterbeutel da oder was steckt? Ja, viel PS, wenig Hirn. Oh, shit. War doch klar. Oh, shit. Jetzt wissen wir doch, amerikanische Autos können nur geradeaus, oder war das BMW-Z1? Das ist in Brooklyn's favorite failures, the stupid Mario Brothers. Ey, that's a good-looking guy. Ha, 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 ha. Holy fuck, was ist das? Oh, ho, 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 ho. Hahaha, ha, 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 ha Ja, auch dieser Wasserfall verschwindet nutzlos im Nichts. Greta, wo bist du? Beschwer dich sofort darüber. Dieser Wind muss weg. Ja, wir haben es begriffen. Nächster. Gute Reflexe. Die Sturm bricht bestimmt auseinander. Bestimmt Ikea. Sieht aus wie ich. Also zumindest wenn man mich krawelt. Ah, sie sollte das wohl zerpieken und nicht wegfliegen lassen. Da war bestimmt nur noch Dollarschein dran oder sowas. Schnell die Frinte. Oh, da ist sie auch schon. Oh, haben wir ein bisschen... Sind wir ein bisschen nervös mit... Gewitternd. Ja, du brauchst da irgendwas Diftiges, sag ich dir. Sind wir okay? Kann ich näher kommen? Hi! Oh mein Gott, hi! Du siehst wie Hitler, aber hi! Hahahaha! 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 Wieder so eine Mutante. Mutanten Ratte. Missgeburt. What? Give me a kiss. Hahahaha! 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 Katzenhalt! Was holt ihr euch auch eine Katze ins Haus? Selber Schuld! Ich glaub bloß nicht, der schläft. Hahahaha! 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 Was man auf Klo muss, wo man aber auf Klo muss. Hahahaha! Wer war man auf Klo muss? Der hat wenig anderes zu tun, würde ich mal sagen. Kein Wunder, dass sie explodiert ist. Dankeschön. Okay, mal eine Katze, die was kann, die für irgendetwas nützlich ist. Ja, normales zürichisches Haus, was erwartet ihr denn? Katzen. Ja, ja, Abgestellgenehmigung, was ist das? Ich sollte meine Tütlinge nach außen verlegen. Das ist gut für den Schock fürs Leben. Katzen wissen genau, wann du aufwachst und wecken dich dann fünf Minuten früher. Hab ich schon zweimal gesehen. Boah. Was für ein krasses Vieh. Und ich kann auch noch einfahren, den Lappen. Das ist so. Was ist das? Das ist so. Was ist das? Das ist so. 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 Ja, aber fahr mal weiter, das geht auch so. Das ist so. Ja, das ist so. Das ist so wichtig! Did you spill it? Oh no! Oh look at that! Your phone! That means we can fix your car! Yay! God damn it! Check it! Check it! It's gonna hit me in the face! That's a deep hole! It's gonna hit me in the face! What is that? Wait, fix that down there! Oh where? Ah! Ah! That's why! Do you like it? Oh! 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 Oh yeah! Exactly! Die Hungerpeitsche auswerfen! That damn sign! Damn! Hahaha! I'm gonna get a knife! What do you want? Where the fuck? What the fuck are you waiting for? Fuck you! Fuck you more! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you more! So, seltsame Menschen! Feuerwerk heißt! Video zu Ende! Danke fürs Reingucken! Sagt wieder mal! Der Mann, der seine Kamera ganz alleine ausmachen muss! Mit der Maus! Weil wir haben ja Technik hier! Technik! Technik ist toll! Ich mache das wohl in den zweiten Bildern. wie geht das auf dem деревenden Weg? Wir haben die Frage. Und das Ganze... Und dann wird das Ganze!